Nathan der Weise ist ein Drama von Gotthold Ephraim Lessing, das 1779 veröffentlicht wurde. Es spielt im Jerusalem des 12. Jahrhunderts zur Zeit des dritten Kreuzzugs und erzählt die Geschichte von Nathan, einem wohlhabenden, toleranten und großzügigen jüdischen Kaufmann. Die Handlung dreht sich um die Begegnungen und Konflikte zwischen verschiedenen religiösen und kulturellen Gruppen, insbesondere zwischen Juden, Christen und Muslimen. Die Geschichte selbst beginnt damit, dass Natans Pflegetochter Recha von einem christlichen Tempelherr namens Kurt gerettet wird, nachdem sie bei einem Brand in ihrem Haus fast ums Leben gekommen ist. Kurt verliebt sich in Recha und beabsichtigt, sie zu heiraten. Währenddessen steht der gerechte und kluge Sultan Saladin, der muslimische Herrscher von Jerusalem, im Konflikt mit den christlichen und jüdischen Gemeinschaften und möchte einen Beweis für die Überlegenheit einer der drei Religionen finden. Nathan wird von Saladin dazu herausgefordert, die Frage zu beantworten, welche der drei monotheistischen Religionen die wahre ist. Nathan erkennt, dass eine konkrete Antwort zu Konflikten führen könnte und erzählt ihm stattdessen die berühmte Ringparabe. Die die Idee der religiösen Toleranz und der Gleichwertigkeit aller Religionen betont. Am Ende des Stücks stellt sich heraus, dass Nathan der leibliche Vater von Recha ist, die als Baby von einer christlichen Frau vor dem Flammentod bewahrt und von ihr liebevoll aufgezogen wurde. Dies zeigt die Zusammengehörigkeit der verschiedenen religiösen Gemeinschaften und die Überwindung von Vorurteilen und Misstrauen. Nathan der Weise ist ein Werk, das religiöse Toleranz, Humanität und Brüderlichkeit betont. Es zeigt, dass es möglich ist, die Unterschiede zwischen den Religionen zu überwinden und ein friedliches Zusammenleben zu erreichen. Das Stück stellt die Idee der universellen Menschlichkeit über die religiösen Unterschiede und fördert die Vorstellung von Mitgefühl, Respekt und Verständnis unter den Menschen. Das Stück ist ein Werk, das 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 ist ein Werk, Vielen Dank.